Ich weiß nicht, wenn du in diesem Raufzug hier herumlungerst. Keine Sorge, bis Caroline hier ist, bin ich schon fertig angefühlt. Caroline? Ja. Dr. Caroline? Ja, warum nicht? Houseboy. Ist ein Freund des Hauses? Wohl kaum. Ähm, ein Geschäftsbesucher hat eine exklusive Erholungsheim in den Bergen. Uh, glaube ich nicht, dass ich... Ja. Ja, exklusiv und teuer. Dann glaube ich nicht, dass du von dem seinst. Nee. Ich, da war mal ein... Da war mal ein Dr. Caroline? Ein Dr. Caroline kam in einem meiner früheren Prozesse vor. Ein sehr zwielichtiger Charakter. Irgendetwas, was faul an ihn. Nein, das kann nicht derselbe sein. Unser Dr. Caroline kann gar nicht genug für einen tun, nicht wahr, Martha? Geh endlich. Ich... Geh in die Tür, geh erst ganz hin. Oh nein, jetzt kommt die Tante rein. Mach ich dann schon. Mach's mir. Ja, der Hausbekomme mit einer Hutschastung hinter dir steht. Ich stelle sie da hin. Oh, Lady Carly. Lady Carly. Lady Carly.